Eine Stunde für dich, eine Stunde für deine zukünftigen Produkte. Wer reich werden will, der sollte einfach zwei Stunden lernen. Zwei Stunden pro Tag, täglich zwei Stunden. Du kannst natürlich nicht dein bestes Wissen raushauen und dann nicht weiterlernen. Das ist dann blöd. Aber wenn du täglich zwei Stunden lernst, alles gut. Eine Stunde KLW, konstant lernen und wachsen für dich. Und eine Stunde Produkte anschauen, lesen, anhören, aus denen du neue Produkte bauen kannst. Also, Merksatz, eine Stunde KLW für persönliches Wachstum und eine Stunde Material sammeln für deine PPAs. Eine Stunde für dich, eine Stunde für deine zukünftigen Produkte. Wenn du das tust, dann wirst du bald in Ideen und Material schwimmen. Du wirst Ideen haben für zehn Produkte und mehr. Wenn du das nicht tust, dann musst du dich nicht wundern, wenn du nicht in die Erfüllung kommst und nicht das Einkommen hast, das du haben könntest und haben solltest. Du musst dich auch nicht wundern, wenn du dann so machst mit deinen Ideen. Ich halte alles fest. Ich erzähle keinem, was ich weiß. Keinem sage ich es. Das ist so dumm. Du kannst ja nicht ein Produkt bauen, in dem du die besten Sachen zurückhältst. Das ist ja albern. Ich halte alles fest. Das war's.